Mama? Papa? Na, wer bist du denn? Dich nehm ich mal mit. Was hast du da wieder angeschleppt? Schau mal, wie niedlich sie ist. Drehst du jetzt eigentlich komplett durch? Das ist ein Werwolf-Flatt. Oh mein Gott, deswegen stinkst du so. Ein Werwolf. Wie konnte ich nur... Na, wer bist du denn?